Das Buch der Etrusker ist ein Mythos, eine Legende, eine Reliquie, die nie gefunden wurde. Über Jahrhunderte hinweg verborgen suchten nach diesem Buch Forscher und Wissenschaftler gleichermaßen. Denn über Lieferung zufolge nannten die Etrusker dieses Buch auch das Buch der Zeit. Was soll das heißen? Wir sollten keine Zeit verlieren. Alex. Was war das denn jetzt? Oh nein Mann, ich hab's geahnt. Hast du Bock auf einen Ausflug? Wow.